Musik Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review hier auf dem Planet Film Geek Network. Ich bin Sir Johannes und ich bin mal wieder allein. Was ist denn gerade passiert? Ja, keine Ahnung. Niemand wollte über Werk ohne Autor sprechen. Aber ich habe mir gedacht, ach, das ist die deutsche Einreichung für die Oscars dieses Jahr. Da möchte ich doch mal sehen, was wir da so in die USA schicken für die Oscars. Und dann hatten wir ja gerade noch in einer der letzten Episoden vom alten Planet Film Geek Format das Leben der Anderen besprochen, was das Erstlingswerk damals von Florian Henkel von Donnersmarkt, dem Regisseur von diesem Film ist. Und das ist jetzt erst sein dritter Film. Ja, was interessant ist, weil sein letzter Film, The Tourist, kam 2010 raus. Also er hatte jetzt acht Jahre irgendwie nichts mehr. Aber ja, da wollte ich doch, wollte ich mich zumindest mal, wollte ich zumindest mal schauen, was denn da, was er denn da so getrieben hat und ob der Film so gut ist, dass ich es verstehen kann, dass man ihn für die Oscars einreicht. Aber zuvor sage ich doch mal, also wie gesagt, der Film ist unter der Regie, also Werk ohne Autor ist unter der Regie von Florian Henkel von Donnersmarkt, der das Leben der Anderen und The Tourist gemacht hat. Und es spielen mit Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Bär und vielem mehr. Und der Film handelt von dem Künstler Kurt Barnard, in dem Fall eine fiktive Version von einem echten Künstler, eine fiktive Geschichte, aber angelehnt am Leben von einem echten Künstler. Ja, und erzählt so ein bisschen dessen Leben von seiner Kindheit an, in der seine Tante, die sie immer so auf ihn aufgepasst hat, seine Tante war es glaube ich, damals im Nazi-Regime eingewiesen wird in die Irrenanstalt, weil sie mentale Probleme hat und dann am Ende auch vergast wird. Bis er dann nach dem Krieg in der DDR als Künstler unterwegs ist und dann schließlich in den Westen abhaut und dann da noch an der Kunsthochschule studiert und quasi seinen Werdegang und wie er seinen Stil findet. Und das Ganze ist dann so ein bisschen, oder nicht so ein bisschen eigentlich, das ist der Hauptteil der Geschichte, ist verwoben mit dem Arzt, der unter dem Nazi-Regime dann seine Tante quasi ins KZ und damit in den Tod geschickt hat. Und der dann nach dem Krieg von einem russischen General, bei dem er in Gefangenschaft ist, quasi verschont wird, weil er hilft, dessen Frau, dessen Kind auf die Welt zu bringen und seiner Frau das Leben rettet dadurch und dem Kind logischerweise. Und deswegen schafft er es halt quasi ungestraft aus dem ganzen, aus dem Zweiten Weltkrieg hervorzukommen und arbeitet dann auch in der DDR als Leiter von einem Klinikum oder so und ist da ein geehrtes oder ein hoch angesehenes Mitglied und schafft es dann auch in den Westen und wird quasi nie gefasst. So, als ehemaliger Kriegsverbrecher oder als Kriegsverbrecher halt. Und noch dazu verliebt sich unser junger Künstler, unser Hauptcharakter in die Tochter dieses Arztes, ohne dass er weiß, dass der Typ dafür verantwortlich war, dass seine Tante im KZ gelandet ist, verliebte sich in seine Tochter, heiratete sie dann letztendlich. Und ja, dann geht es halt noch so, dass der Arzt natürlich nicht glücklich ist, dass die Tochter mit einem Künstler ankommt und findet den genetisch auch nicht geeignet, um seine Blutlinie fortzuführen und so. Und das bringt alles Mögliche, ganz viel Drama mit sich und ja, und sorgt dafür, dass wir hier einen, ja, so ein bisschen so ein Epos haben, das drei fucking Stunden lang ist, also über drei Stunden lang ist. Und das wäre gleich mal zuvor schon mal ein Kritikpunkt, weil ich bin so ins Kino gegangen, ohne zu wissen, wie lang der Film ist und hab mir dann wirklich, hab es dann noch kurz vorher gesehen und hab mir gedacht, ach shit, auf was hab ich mich da denn eingelassen. Und war dann erstmal positiv überrascht, dass der Film sich über lange Zeit nicht so lange angefühlt hat, also dass man die Länge gar nicht mal so gemerkt hat und ja, dann gegen Ende aber schon, aber da komm ich gleich nochmal dazu. Dass Colin und ich auf dem, in unserem alten Formatzimmer waren wir so ein bisschen dafür bekannt, dass wir immer so ein bisschen Vorurteile gegenüber deutschen Filmen hatten. Ich bin jetzt in den Filmen relativ vorurteilsfrei oder unbelastet reingegangen, also ich hatte so ein bisschen was von einem Trailer mal gesehen, aber keinen vollständigen Trailer. Aber ich hab mich schon so ein bisschen drauf gefreut, einfach weil ich ein großer Fan von Das Leben der Anderen bin, war und ja, einfach mal sehen wollte, was Florian Henkel von Donnerstag hier jetzt liefert. Und muss sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was den Film angeht, so ein bisschen ernüchtert bin ich rausgegangen, weil, wie gesagt, am Anfang war ich tatsächlich sehr positiv überrascht. Ich fand, bis ungefähr, also bis zur Hälfte, zeitlich finde ich es jetzt schwer einzuschätzen, aber für eine lange Zeit war ich wirklich interessiert im Filmgeschehen dabei und war, muss ich sagen, auch emotional in der Geschichte drin. Der Film hat so ein bisschen, der Film hat so ein bisschen für Aufsehen gesorgt bei, ich weiß nicht, bei welchem Filmfestival, Venedig oder so. Es gibt so eine Sequenz, wo er so, wo man quasi in einem KZ in die Gaskammer mit reingeht, während Leute vergast werden und gleichzeitig da parallel geschnitten ist die Bombardierung von Dresden, die der Künstler halt vom Land aus mitbeobachten, mitbeobachten kann und so. Und das hat so ein bisschen für Kontroversen gesorgt. Ich fand das jetzt gar nicht mal schlimm. Ich fand eher, dass es ziemlich, ziemlich mächtig war, diese Sequenz und auch andere Sequenzen da am Anfang. Also gerade, wenn es im Zweiten Weltkrieg spielt und zur Nazizeit spielt, das finde ich gelingt, dem Film schon eine ziemlich krasse Stimmung zu schaffen. Also dieses Gewicht dieser Zeit, also ich hatte mehrmals einfach Gänsehaut davon, wie hier geschafft wird, die Grausamkeit der Zeit und so weiter einfach klar zu machen. Und dann halt auch, dass der Arzt dann, nachdem er als so ein hochrangiger Arzt unter den Nazis war, dann einfach unbescholten daraus hervorgeht. Und das fand ich auch noch sehr cool gelöst oder sehr gut und sehr eindrucksvoll gelöst, den Übergang von der Nazizeit quasi in die DDR und wie gleich eigentlich beide Formen von Diktatur waren und wie sehr quasi der Anstrich einfach gewechselt hat, aber so ideologisch oder halt von, keine Ahnung, von den Symptomen und der Art und Weise, wie auch mit Kunst umgegangen wird. In dem Fall geht es ja immer um einen Künstler, das heißt, wir sehen das immer am Beispiel von Kunst, wie ähnlich sich die zwei Regime waren, nur halt mit einem anderen Anstrich sozusagen. Also wir fangen den Film mit einer Führung an, wo quasi zur Nazizeit darüber geredet wird, was entartete Kunst ist und dass die Kunst quasi dem deutschen Volk dienen soll und so weiter. Und dann, wenn dann der Krieg vorbei ist und wir in das DDR-Regime übergehen, dann sind wir in so einer Vorlesung, wo dann darüber geredet wird, dass die Kunst immer der Arbeiterklasse dienen soll und für das Volk sein soll und nur sozialistischer Realismus ist die einzige wahre Kunst und alles andere ist eher negativ besetzt. Doof ausgedrückt. Und das fand ich, ist hier wirklich sehr gut gelungen, also so diesen Übergang und die Zeit und so weiter, alles das angreifbar zu machen. Das fand ich sehr schön. Und ich muss auch sagen, ich bin, also Florian Henkel von Donnersmark ist einer der wenigen Regisseure, finde ich, in Deutschland, die es wirklich schaffen, also A, gut zu casten, also die Schauspielerarbeit in dem Film ist fantastisch und wirklich gut zu schreiben, so von den Dialogen her größtenteils. Was ja wirklich zwei meiner Hauptprobleme sind, die oft mit deutschem Film ist, dass die Schauspielleistung oft, finde ich, nicht vergleichbar ist mit internationalen Produktionen und dass es oft sehr holprig und unbeholfen geschrieben ist. Und das ist in dem Fall hier auch wie bei Das Leben der anderen schon, fand ich nicht der Fall, war beides wirklich sehr gut gemacht. Und das trägt den Film, finde ich, sehr gut. Und sorgt dafür, dass gerade wirklich diese ersten anderthalb Stunden oder was auch immer wirklich sich nicht ziehen und man wirklich dabei ist. Und dann, finde ich, verliert der Film sich so ein bisschen in allem, was nach, also vor allem in dem Moment, wo er dann die DDR verlässt, da wird es dann, verliert der Film so ein bisschen den Fokus in dem, was er erzählen will und in dem, was die thematischen Schwerpunkte sind. Weil davor haben wir das Leben in der Nazizeit und das Leben in der, keine Ahnung, kommunistischen Diktatur. Und die zwei Zeiten oder diesen Kontrast und so weiter darzustellen, das gelingt dem Film sehr gut. Und in dem Moment, wo er das verliert, hat er für mich sehr viel von seiner Kraft verloren und sehr viel von meinem Interesse ist dann flirten gegangen mit der Zeit. Weil dann geht es wirklich nur noch um diesen Künstler und wie er versucht, sich zu finden und seine Art von Kunst zu finden. Und das wirkt halt oft sehr selbstverliebt und sehr prätentiös und sehr, hat mich in vielen Stellen ziemlich gelangweilt, fand ich, weil ich ihn dann nicht interessant genug fand. Und auch dieses Klischee vom Künstler, der total am Ende ist, weil er keinen Weg findet oder nichts finden kann, was er machen kann. Und vor der weißen Leinwand sitzt und ich weiß, wo er anfangen kann. Ist natürlich ein Gefühl, das ich nachvollziehen kann, aber das ist halt, irgendwie finde ich das als Thema, einen Film drüber zu machen, immer wirkt so ein bisschen arg prätentiös, weil es halt, man macht Kunst über einen Künstler und was, wie hart es ist, ein Künstler zu sein. Und ich denke mir halt immer, ja, aber ja, man rettet keine Menschenleben und so weiter. So wichtig ist dann das Künstler-Dasein auch nicht, dass man es jetzt als so weltbewegend darstellen muss. Und da, finde ich, verliert mich der Film dann wirklich sehr. Und noch dazu wirkt halt dann in dem Moment, wo diese ganzen thematischen Hintergründe weg sind von der Nazi-Zeit und von der DDR, auch diese Story mit dem Arzt, dessen Tochter er geheiratet hat und von dem er nicht weiß, dass er seine Tante ins KZ geschickt hat und so weiter, wirkt dann plötzlich alles super konstruiert und super melodramatisch und sehr stopy und verliert sich auch komplett und findet auch keine wirkliche Auflösung, was das Ganze nur frustrierender macht. Und vor allem dann fängt er halt irgendwann an, Bilder als alte Fotos zu malen und hat dann zufällig ein Foto von seiner Tante und ein Foto, ein Passfoto von dem Arzt und malt die halt alles so übereinander und der Arzt kommt rein und sieht es und fühlt sich halt irgendwie ertappt. Aber er ist ja nicht ertappt, weil der Künstler hat keine Ahnung, dass er da gerade den Mörder und das Opfer in ein Bild gemalt hat. Aber es ist halt alles so super konstruiert und fühlt sich so forciert halt an und so unrealistisch und künstlich, dass ich das fast schon komisch fand dann. Aber der Film nimmt sich halt total ernst in der Zeit und inszeniert das Ganze sehr groß und episch und große Emotionen und so weiter. Aber die Emotion war für mich in dem Moment dann komplett weg, weil es halt alles so sehr, sehr Soap-Opera-artig gewirkt hat. Und das fand ich sehr schade. Ist auch so ein bisschen bemerkenswert, weil ich habe jetzt den Film vor einer Stunde oder so kam ich aus dem Kino und ich kann mich an den zweiten Teil des Films viel schlechter erinnern als an den ersten Teil, weil der erste Teil wirklich eindrucksvoll ist. Aber ich kann, wenn ich jetzt versuche, mich zu erinnern, kann ich mich daran erinnern, wie der Film auch aufhört und wohin das Ganze führt. Aber es ist halt, es hat für mich dann völlig, völlig seine Tiefe und die Aussagekraft verloren und dümpelt dann einfach nur noch so die letzte Stunde vor sich hin, bis es dann zu einem Ende kommt, das sich dann nicht mehr so gewaltig anfühlt, wie sich der Anfang des Films mal angefühlt hat und dann eher ein bisschen über das Ziel hinaus geschossen wirkt. Ja, deswegen bin ich bei dem gesamten Film einfach sehr hin und her gerissen, weil sehr, sehr viel sehr Gutes drin steckt. Aber er halt auch in ganz vielen Teilen, finde ich, dann weit übers Ziel hinaus schießt und nicht wirklich schafft, sein thematisches Ziel, sein emotionales Ziel zu treffen und halt mit seinen drei Stunden, zehn Minuten definitiv zu lang ist, weil er nicht genug Story hat, um diese Zeit zu füllen und sich halt viel dann unnötig in die Länge gezogen anfühlt. Vor allem im zweiten Teil, wo es dann nur noch darum geht, dass dieser Künstler versucht, sich selbst zu finden, was halt im Vergleich zu allem anderen, was wir in dem Film davor durchgemacht haben, so banal wirkt und so irrelevant wirkt. Ja, ich brauche mich jetzt nicht wiederholen und diese ganze Story mit dem Arts, die dann immer mal wieder aufpoppt, aber keine richtige Resolution findet und keinen richtigen und auch dann nicht mehr so interessant ist. Ja, bin ich dann eher enttäuscht aus dem Kino gegangen. Deswegen Werk ohne Autor. Ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich empfehlen kann. Man muss halt durch drei Stunden durchsitzen, aber für die ersten anderthalb Stunden sind halt tatsächlich, sind es, finde ich, wert. Der zweite Teil dann halt nicht wirklich. Deswegen, schauen wir mal, ich sehe nicht wirklich, dass der Film eine Oscar-Nominierung kriegt. Also da wäre ich stark verwundert, weil das ist weit von Oscar-Kaliber weg, finde ich. Deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann, wenn es um die Oscars geht, nächstes Jahr nicht mehr über den Film reden werden. Deswegen müsstet ihr jetzt den auch nicht unbedingt sehen, wenn ihr wissen wollt, was bei den Oscars dann so abgehen wird. Und deswegen kann man den Film, finde ich, schon getrost überspringen, seit man hat jetzt schon ein starkes Interesse an der Thematik. Und dann, ja, es ist eine verschwendete Stunde dabei von diesen drei. Deswegen, ja, wartet vielleicht, bis der Film irgendwo streambar ist oder so, wo man ihn dann vielleicht auch mal unterbrechen kann und wann anders weitermachen kann. Ich weiß nicht, hätte mir wahrscheinlich ganz gut getan. Aber so viel zu Werk ohne Autor, unsere Oscar-Hoffnung, die ich nicht wirklich bewahrheitet sehe. Lasst uns wissen, wie ihr den Film fandet. Solltet ihr ihn gesehen haben. Und ob ihr findet, dass der Film einen Oscar verdient hätte oder eine Nominierung verdient hätte, würde mich interessieren. Ansonsten lasst uns mal eine Bewertung da, ein geschriebenes Review und so weiter und empfehlt uns weiter. Ihr wisst, wie es läuft. Wir sind seit Neuestem, was wir jetzt immer mal erwähnt haben, wieder pünktlich auf Spotify als ganz normaler Podcast. Also könnt ihr uns auch da abonnieren oder unseren YouTube-Channel besuchen, den wir jetzt mal gestartet haben, weil es dann doch viele Leute gibt, die Podcasts auch ganz gerne über YouTube hören. Das meiste wird da auch nur als Audio vorhanden sein, aber halt dann mit einem Cover im Bild, also nichts, was man sich jetzt anschauen muss. Aber das eine oder andere Format wird es auch mit Bild geben. Deswegen könnt ihr da mal vorbeischauen. Und ansonsten war es das von mir. Und wir hören uns im nächsten Review wieder. Bis dann. 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 Bis dann.